hallo everybody now we have a special thing to do you know this wiki has found 25 years it's not going and yeah i had one of those dabei sieht sie noch wunderbar aus ist original absolut nicht mal irgendwie poliert oder gelackiert alles im originalzustand belassen aber sie sprang einfach nicht an ums verrecken das ist absolut original this bike is from 54 55 and yeah it could not start because it was 25 years in the keller room klar man nimmt erstmal die vergaser auseinander und schaut mal was ist da los mit den düsen hakt der schwimmer oder ist die schwimmer nadeldüse verstopft und verdreckt das alles müssen wir natürlich jetzt erstmal sehen aber das ist bei diesem ding ein totaler fummelkram diesen vergaster da rein und raus zu kriegen und ich filme gleichzeitig und arbeite gleichzeitig das sieht manchmal ein bisschen lustig aus first of all we have to take off the flow blow and see how what's going on in there maybe most of time there's a lot of dirt in the swimmer room and also in the main jet that's is the big problem but we have all those parts to yeah clean it and to grind it a little bit that makes really fun und ich denke mal raus soll ja ein äpfel das gleich geht Bis zum nächsten Mal.